m Bargir kostenbar geht ich kann nicht schießen m ich habe kann ich nachladen guck ich habe meine ja ich habe gerade und zu nennen das vermisst dieser Park vielleicht kann ich es um die Glocke nicht machen nein das ist nicht lustig also nicht das war ich bin so gut ich sehe das immer ich habe ich kann ich schießen ich kann ich nachladen also meine Kugeln sind leer aber ich habe die Schussposition ich kann nicht abschließen oder so das ist halt so wie als wenn ich schießen würde und ich brauche nicht gedrückt zu halten ich kann nicht abdrücken und auch nicht zielen und verbrauchte Emotionen dann kann ich nachladen kannst du denn noch spielen hey du hast einen bist nur 13 mal gestorben im echten Kampf wäre das wertvoll nur 13 mal zu sterben h h h h h h so ein ich beende mal die Aufnahme und dann tschüss bis zum nächsten Mal euer Dissli so wir sind wieder weg ähm ja das war gerade ein sehr schöner Fail ich dachte nämlich der Naro hat gerade die Aufnahme aus Versehen beendet deswegen habe ich es kurz äh beendet und dann ja war er doch nicht und ich hätte ein anderer angerufen oder? irgendwie schon ja also geht's einfach weiter könnten wir vielleicht zwei Parts draußen machen ne? um das so zu überdenken was hey oder zusammenschneiden oder irgend so was ja und ich war gerade so doof und hab auf meinen eigenen Mann geschossen und somit hab ich mir selbst einen Halbwerk verpasst und ich hab immer noch diesen hässlichen Back und ich weiss nicht hm bist du dann schon gestorben? hm hm noch nicht dann krepier und warum soll ich krepieren? na dann hast du wieder Kugeln passt richtig aber geh ich lieber nach oben oh wer klingelt dann unsere Türe könnte das der Weihnachtsbrunnen sein? oh schreckt so also nicht rein gehen warte kurz AFK ok? ja ich beeil mich mach das schreckt ich schreckt so schreckt 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 ich schreckt ich schreckt Okay, wieder da. Das war ein Vertreter. Das hat man jetzt nicht gehört. Was? Oh, jetzt stinkt sie. Gut, auf jeden Fall stinkt sie jetzt. Du hast einen fahren lassen? Ja. Oh Gott. So was macht man doch nicht im Video. Das ist kein Anstand. Das macht man auch nicht im Video. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nur, dass ich nachladen kann. Oh, ich bin, glaube ich, dreimal gekillt, zweimal gekillt worden, ich sage, während ich weg war. Keine Ahnung, ich habe mich gefragt. Oh Gott, ich bin eingenebelt. Hey, Ende. Wollen wir da auch Schluss machen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Eine Runde geht, glaube ich, noch. Ja, okay. Keine Ahnung, wie lange die dauern, 300. Aber ich weiß nicht, wie lange die dauern, 300. aus dem Schuss und Kammerler ist gute Ruhe ja ich auch und ich bin Kölner ist im Klick trug aber ich glaube und es gibt es gar nicht das ist der Bogen wechseln Prozent und ich gestorben ich habe gestorben ich habe jetzt erst mal die ich frage mich bloß wie lange kann man eigentlich aufnehmen beziehungsweise bis wie lange kannst du in YouTube einstellen 15 Minuten und ich sollte gleich mal um wieder eigentlich war das gut dass ich im Kurzaufnahme denn nach einer Zeit nimmt Frags um Zeit versetzt auf das meine Stimme ganz anders ist Prozent Hilfe hallo hier der Mann ich hab schön ein Indie von uns bekommen das sah hässlich aus Prozent verdammt ganz doll Weihnachten und auch nicht ja das ist das ist das Gegenteil gerade Prozent es ist Ostern nein als von beiden Osterlokoppern aber das wird jetzt reden jetzt nicht über die Feiertage Müllfahrt das ist ein Feiertag ja das ist ein Feiertag Prozent auch ich werde gerade irgendwie voll abgemetzelt 2 zu 3 KD ist das denn 2 zu 3 KD ist das denn ähm ich fehle gerade ich mein es kämmer ja von mir aber packfisch kenne ich das Wort packfisch aus einem Server ich will das aber jetzt nicht nennen der bleibt nur nur Spaß kaputt kaputt ohja da hat schon paar Pfeile in sich drin ich bin grad voll immer nüssen nicht ey ich bin grad allein gegen sechs drei davon mitzuswaffen das tut ein bisschen weh ah ich mach grad 2 Kampfe ha 2 Kampfe gewonnen gegen Legiox ja sie den hast du auch schon gekillt ja ja frag mich warum ich mir sowas merke ich bin ein Idol das muss man sich merken Spaß der Klaus schimmelt Pferd ach ich hasse Bogen wenn die Gegner Bögen haben ist das scheiße aber selber ist das cool so wo sind sie und und er hat ein Pferd ein Pfeil im Arsch aber wirklich im Arsch ok ok perverses Pferd oh jetzt muss ich spüre was gegen Frust dessen aber nichts trinken oh warum ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß genau das ich weiß genau das so 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 55 zu 55 das ist ein sehr knappes Match boah das soll mal aufhören die mich welche die ganze Zeit callen ich rufe ich rufe die ganze Zeit welche an das soll sie eben nicht machen oh man ey die sehen noch dass ich beschäftigt bin oder naru du bist noch da oder so 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 der Nahrung ist nicht da das machen wir mal wieder aufnahmes diesmal auch mit aufnahmeschluss und dann Tschüss bis zum nächsten Mal weil er müsste die wie das ist wie das ist